Hallihallo meine Lieben, hier bin ich wieder in Birkerlindefahrer und ich habe einen kleinen gemütlichen Shop, den Hans Lindler, eingerichtet und in dem Video zeige ich euch immer wieder meine neuen Einzelstücke. Jetzt gerade gestern der neue Stück nicht, am Freitag ist das Päckchen gekommen und etwa 70 neue Teile drin. Und einen Teil davon zeige ich euch heute, den Rest kann ihr euch zum Beispiel am 3. vom Dienstag ansehen, den habe ich nämlich am Abend von 1.30 Uhr bis 1.30 Uhr für euch offen, ohne Voranmeldung. Und sonst macht ihr einfach einen Termin mit mir auf 078, 759, 58, 46 und den finden wir auch einen Termin. So, fangen wir mal an. Da habe ich jetzt eine ganz verlässige Kombi an und fangen wir an mit einem schnisslichen Täschchen. Das herzige kleine schwarze Handtäschchen. Der hinten Rissverschluss, da ist, wie ihr es gesehen, ein schönes Teichbron rumgemacht. Schulterriemen ist dabei. Und es hat hier ein paar Fächerchen drin. Das habe ich auch noch einmal in einer anderen Farbe, so hellgrün, türkis gemischt. Und kostet jeweils 38 Franken. Wie Allian-Täschchen. Dann habe ich hier das wunderschöne T-Shirt an. Haben wir die lästige Schulter gesehen? So genial. Ich finde das ganz toll zu teilen. T-Shirt und diese wunderschöne Hose, die sind in der Kleidergrösse 36 bis 42 im Tragen. Und kosten jeweils 39 Franken. Dann gehen wir rüber zu unserer Paulina Puppe. Sie hat hier das wunderschöne T-Shirt mit dieser hübschen Dame drauf. Das ist noch ein ganz weicher Stoff. Das ist noch ganz weicher Stoff. Also das ist, das meine ich mir noch lange, das ist so ein bisschen fein. Das T-Shirt und die Leggings, die sie hier anhat, die kommen in der Kleidergrösse. Also die Leggings geht etwa bis zum 40 und das T-Shirt bis etwa bis zum 42. Ab um 36. Und kostet jeweils 39 Franken. Und dann hat sie hier die wunderschöne Halskette an. Die kostet 25 Franken. Und dazu haben wir hier diese tolle Plateausche Sandalen hier. Die sind ja so herzig. Und da sind sie ganz ganz weich. Ja, das müssen wir sehen. Und die habe ich im 38 und kostet 39 Franken. Und dann gehen wir über unsere grösseren Puppe. Sie ist noch mehr so klein im Übergang anzuziehen. Sie hat hier eine wunderschöne Hoodie an. Die geht bis etwa auf die Kleidergrösse 54. Also oben etwas für unsere grössere Frauen. Und dann zeigen wir den wunderschönen Kussmund, den sie da drauf hat. Da komme ich da noch ein wenig in die Höhe. Ja, jetzt sieht man es gerade. Ja, ganz etwas hübsches. Und dazu hat sie die wunderschöne Hose noch mit den vielen vielen Blumen. Die Hose hat oben auch wieder einen Gummizug und eine Karte zum anbinden. Und hier auch wieder der feine Hose-Säck. Und auch diese Hose, die ist etwa 50 bis 54 Franken zum Tragen. Und die Basel dazu haben wir den hohen Tonchen schon hier. Die habe ich im 40 und kostet 39 Franken. Das ist die Sohle dazu. Und das auch noch von dieser Seite. Und das auch von hinten. Weiter geht es mit den Kombinationen. Ich habe jetzt ein ganz tolles Sommerkleidchen an. Das ist so richtig schön, schön licht und voll im Sommer. Also, aber auch fein mit den Erdmärmchen. Ich habe es jetzt noch ganz gerne. Aber es hat jetzt jeder halt etwas anders. Das Kleid kann man in der Kleidergrösse 36 bis etwa 40 tragen. Und kostet 45 Franken. Dann kommen wir zu unserer grossen Puppe. Sie trägt ja 44, 46 als Kleidergrösse. Und das wunderschöne T-Shirt geht etwa bis zum 48. und auch Bledouinenhosen. Ich könnte bis zum 48. gehen, aber bis zum 46. Ich werde es versuchen. Und passend dazu haben wir das wunderschöne Handtestchen. Das ist die gleiche, die ich vorher erwähnt habe. Die ich in schwarz gezeigt habe. Und sie hat innen dran den Schulterriemen und noch ein paar praktische Taschen. Sie hat auch hinten den Rissverschluss und das Tuch hier drüber. Und wenn man das Tuch nicht haben will, dann kann man es einfach wegnehmen und dann ist alles in der gleichen Farbe. Diese wunderschöne T-Shirt und die Beduinenhosen sind jeweils Hühnenbeisgefracken. Und dann gehen wir über zu unserer kleinen Puppe. Sie hat ja 36,38. Und dann gehört hier noch die wunderschöne Tasche. So, ist einmal etwas anderes oder nicht? Also ich finde es ganz ein tolles Handtäschchen. Sie hat eine Kette, kann man halt nicht verstellen. Und innen dran hat sie auch gerade ein paar Fächle. Etwas mit Rissverschluss, ein anderes offen, also ein ganz tolles Teil. Und die Handtäschchen sind immer 38 Franken. Denn der wunderschöne Neomantel, den sie da auch hat. Der kann mit der Kleidergrösse 36 bis etwa 44 tragen. Sie finden es einen ganz tollen Mantel. Er ist sehr, sehr leicht. Er fällt auch schön. Ja. Und kostet 45 Franken. Darunter hat sie das wunderschöne, einfache, helle Blüsli an. Ja, kann man sagen, es ist ein weißes Blüsli. Kann häkeln sein, je nachdem. Ja Gott, wie schön, dass man rechstet wird. Und darunter hat sie den wunderschönen Hosen mit Schlag. Und die haben einen Gummizug und Kordeln. Der hat sogar zwei Kordeln drin. Mit den praktischen Hosen-Sägen. Und sind auch die Kombination etwa bis zum 40, 42 zum Tragen. Und dazu haben wir eine. Die Wunderschöne. Sie sind leichter, als dass sie aussehen. Und die habe ich aber nur im 38. Wie ihr ja wisst, habe ich ja die meisten Sachen nur einmal. Ab und so gibt es bei den Schuhen, dass sie noch eine andere Größe haben. Aber oft ist alles noch einmal da. Ab und so gibt es auch eine andere Farbe oder Farbekombination. Ich kann ihn einfach gut güxeln. Und diese wunderschöne Schuhe kostet 45 Franken. Und schon wiederum zu haben. Jetzt habe ich ein ganz freiges T-Shirt hier an. Richtig viel Long T-Shirt. Man könnte es schon fast als Kleidchen tragen. Ja, je nach Figur und Alter kann man das gerne machen. Es ist ein bisschen ein freches Bild da drauf. Ja. Totenkopf. Und dann mit dem Finger. Ja, ein bisschen frech. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden können. Ich finde es ganz ein lässiges Teil. Eben frech. Und doch ganz speziell. Es dreht sich auch super gut. Es ist ein ganz leichtes Material. Es ist wirklich traumhaft für den Sommer. Dazu habe ich diese tollen kurzen Hosen. Die kann man ganz gut umredeln. Und sie sind auch so schön elastisch. Also wenn man jetzt die auch umredelt. Sie trocken damit auch nicht gleich das Brot ab. Also sie sind nicht. Ein Haufen Hosen. Ja, wenn man sie umredelt. Die werden sie gleich ziehen. Und das ist bei denen aber nicht der Fall. Die beiden Täschchen sind echt. Das ist nicht mehr praktisch. Und auch die Täschchen nach oben. Die Hosen-Säcke. Ja. Das ist eine Kombination, die man in der Kleidergröße 36 bis etwa 42 tragen kann. Und kostet jeweils 39 Franken. Dann gehen wir jetzt über zu unserer grossen Puppensitri. Die Kleidergröße 44 bis 46. Da hat sie einen knallorangen Boncho an. Kann man auch immer gut brauchen. Und die Schöne ist bei denen. Ja man ist von der Grösse her recht offen. Also man kann mit dem 36 tragen. Wie sieht die Puppen treten die 44 bis 46. Und ich denke es wird auch bei einer grösseren Frau ganz gut aussehen. Der Boncho ist 45 Franken. Und ist aus ganz weichem Material. Also fühlt sich ganz toll an. Darunter hat sie das wunderschöne T-Shirt an. Das geht bis zum 54. Wie auch die Hosen. Also tragbar so zwischen 50 und 54. Ist beides üni. Ist auch ein super tolles Teil. Wie gesagt man kann da auch mal noch wirklich kaschieren. Also ist ganz etwas tolles. Hat die Ärmelie. Ist wie gesagt üni. Hat die Hunde auch einen Gummizug. Also man kann es jetzt auch noch bis dahin tragen. Oder einfach einfach besser gefällt. Die Hose hat einen Gummizug und eine Korle. Und auch diese Hose ist recht elastisch. Also ja da hat man wunderbare Spiele drin. Weil es ist einfach halbiert wenn die Hose so schön elastisch sind. Und dazu herren haben wir diesen tollen Sockenboot zu tun. Die habe ich im 38 und kostet 45 Franken. Und passend dazu herren auch die graue Halskette. Die ist 25 Franken. Und jetzt gehen wir zu unserer kleinen Puppe. Die Seite hat die auch 36 und 38 Franken als Kleidergrösse. Einmal auch so. Und noch ein kleines Rettor noch. Der wunderschöne Jumpsuit. Die haben wir auch noch einen Cognac. Und was sind da dazu? Ich würde empfehlen mit diesen Schuhen. Machen wir das gleich so. Die wunderschönen Sandalen habe ich euch ja auch schon gezeigt. Die habe ich im 38 und kosten 39 Franken. Der Jumpsuit. Die sind in der Kleidergrösse 36 und 38 Franken. Und kosten jeweils 45 Franken. Jetzt zeige ich euch den aber nochmal an der Puppe. Denn das wunderschöne Jäckchen, das sie da hat. Ist auch ein kleines. Ist auch 36 und 38 Franken. Und das herzige Teil habe ich auch noch im Knallpink. Und auch das ist ja recht auch ein kleines. Also 36 und 38 Franken. Sollen wir das gleich anlegen. Da sieht man es auch viel schöner. Ist halt ein kurzes Jäckchen. Aber je nachdem was man natürlich anhat. Kommt es viel viel besser. Wie gesagt, der Jumpsuit ist die Kleidergrösse 36 und 38. Kostet hier 45 Franken. Und dazu her. Haben wir die wunderschönen Torrentscherli hier. Die haben ich aber nur im 37 und kosten auch 39 Franken. So sieht es von der Seite aus. Einmal rundherum. Und dann Zola. Ja, wir sind schon bei den letzten Kombinationen angelangt. Aber da gibt es nochmal ein paar ganz, ganz schöne Sachen. Ich halte hier zum Beispiel auch eine wunderschöne Mickey Mouse Hose an. Die ist so richtig einfach schön für die Suche. Die ist schon recht leicht. Und vor allem auch sehr klassisch. Wie halt alle unsere Hose finden. Ja. Sie tragen sich einfach super gut. Also wenn ihr die mal auch gehabt habt. Gehen sie nochmal so schnell heran. Genau gleich heute die Blüschen. Die haben ja in aller Farbe. Die haben unten dran einen Top. Und drübert das wunderschöne Oberteil drauf. Und unten dran ist der Gummizug. Der ist ca. 10 cm. Und mit dem kann man so viele Sachen machen. Man kann es sportlich tragen. Man kann es elegant tragen. Für den Alltag. Für wirklich einen speziellen Abend. Man kann es für jede Gelegenheit brauchen. Diese Blüschen habe ich in der kleinen Größe. Das heisst bis etwa 40, 42. Und bis etwa 46. Und in vielen verschiedenen Farben. Der schneller ist der Geschwindere. Es hat so lange gesetzt. Also garantiere kann ich mir nichts. Und wie ihr seht. Ich habe ja am nächsten Dienstag am 3. Mai. Am Abend um halb sechs bis um sieben Uhr offen. Und sonst gebt ihr einfach einen kurzen Funk. Wenn ihr den nicht kommen können. Aus was für Gründen auch immer. Auf 078, 759, 58, 46. Und wir machen dann einen Termin aus. Wenn es euch am besten geht. Zu mir auf den Händlern zu kommen. So. Eben wie gesagt. Die wunderschöne Kombination. Hose und Blüsli. Die haben wir jetzt in 10 Franken. Die Halskettele ist 25 Franken. Dann gehen wir übrigens zu unserer kleinen Puppe. Die ist ganz herzlich angezogen. Fangen wir gleich mit dieser hübschen Handtasche an. Die ist 38 für alle Handtaschen. Die hat hier eine kleine Kette angehalten. Die kann man aber auch in der Länge verändern. Dann legen wir hier rein. Die hat hier ein normales Fächtchen. Dann ist das das grosse Fach. Und hier ist noch heiss mit Rissverschluss. Und oben hier die Anomalen Rissverschluss. Dann kann man es mit dem Druckknopf zutun. Und hinten haben wir auch noch mal einen Rissverschluss. Und nun gehen wir zu dem wunderschönen Top. Ich finde das ganz tolles Teil. Vor allem auch. Wir müssen es euch von hinten zeigen. Da hinten haben wir eine Mäschle. Und da ist es offen. Also ja. So schnell kommt man mit dem Teil nicht zum Schweizer. Und dann. Die zwei Herren haben sie. Ah ja. Da unten haben wir auch wieder einen Gummizug. Ja. Ist halt einfach bequem. Und man kann es halt auf viele verschiedene Arten tragen. Wenn man halt einen Gummizug da unten hat. Man muss es nicht in die Hose nicht hinschapfen. Um so ein bisschen kürzer machen. Ja. Also ich finde es ganz praktisch. Auch die tollen Hosen. Die sind ja. Siebenachtel Hosen. Haben auch einen Gummizug und einen Kordel. Haben auch Hosen-Säcke. Ja. In der Kleidergröße 36 bis ca. 42 zum Tragen. Und kostet jeweils 39 Franken. Hierher haben wir auch diese Tonjali hier. Die sind jetzt noch im 38 hier. Und kosten auch 39 Franken. Und jetzt gehen wir noch zu unserer grossen Puppe. Sie hat da ein ganz schönes Kleidchen. Das Kleid ist etwa in der Kleidergrösse 42 bis etwa 44 zum Tragen. 46. Ja. 46 sicher auch. Einfach mal gut reinschnüfen gekommen. Weil ich habe jetzt ein paar Kleider übergekommen. Und eben wie gesagt, es ist ein Paket mit etwa 70 Teilen gekommen. Ich zeige euch wöchentlich, was jetzt noch rum ist. Ja. Ich nehme an, während dieser Woche gerade ein paar Lied kommen. Ein paar Anmeldungen habe ich schon. Aber eben wie gesagt, es hat so lange gewesen. Das wunderschöne Kleidchen ist wie gesagt bis zum 46 zum Tragen. Und kostet 45 Franken. Und sie hat da die wunderschöne IGL Handtasche dabei. Die ist auch 38 Franken. Die ist ein bisschen grössere. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wenn sie von innen. Da hat sie das grosse Fach. Dann ist da auf dieser Seite ein Fächle. Dann ist da in der Mitte ein grosses mit Reissverschluss. Und dann auf dieser Seite ist auch nochmal ein kleises drin. Auch mit Reissverschluss. Und da oben zum Verschlüssen ist auch nochmal ein Reissverschluss. Und auch hier, da haben wir einen. Also ein frisch. Ja, ganz hübsch. Und ein wunderschönes Gel. Richtig ein schönes, kräftiges. Wenn man sie so auf den Sommer hin gerne hätte. Ja, den haben wir noch. Die wunderschönen Muckersin. Die sind leicht cremig. Cremig, ja. Und ein bisschen, fast das Gefühl, das ist ein rosa Touch. Und super weich. Schade, dass der mir zu klein ist. Weil es ist ein 39 und kostet 39 Franken. Hat da eine relativ flache Sohle. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr weich. Also ja, schade ist er mir zu klein. Und der ist, wie gesagt, im 39 für 39 Franken. Geil. So. Ja, da wäre es gewesen für dieses Mal. Ich hoffe, es hätte euch einiges gefallen. Und ich sehe euch noch schön zum Dienstag. Oder mache einfach einen Termin, wenn ihr mal zu mehr auf den Endland kommen möchtet. Auf 078 759 58 46. Und ich freue mich über jedes Daumen hoch. Und über jeden Like. Und über jeden Kommentar von euch. Da auf YouTube. Also, bis bald. Euer Gerlinde. Tschüss. 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 Tschüss.